Diabetes. Da steht Diabetiker, bei denen ist der Blutzucker, also die Einstellung des glykämischen Wertes viel schwieriger, wenn die gleichzeitig noch eine parodontale Entzündung haben. Aber was noch relevanter ist, Diabetiker sterben schneller und früher, wenn ihre parodontale Entzündung nicht behandelt wird. Wissen Sie, wie viele Diabetiker es in Österreich gibt? 10% der Bevölkerung haben Diabetes. In nahezu jedem europäischen Industrieland. Das sind also relativ viele. Seit letztem Jahr ist die Parodontitis eine anerkannte Begleiterkrankung des Diabeteses. Das heißt, die Diabetologen haben festgestellt, das hängt tatsächlich total zusammen. Und das ist nicht gut, wenn man das hat und wenn das nicht behandelt wird. Aber wenn 10% der Bevölkerung, was in Österreich wie viele Millionen Menschen sind? Nur 800.000. Also eine knappe Million Menschen, weil ungefähr 20% der Diabetiker wissen überhaupt nicht, dass sie Diabetes haben. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist fast eine Million Menschen, die mit Diabetes rumlaufen oder die auch mit Diabetes entwickeln werden, weil ihre Zahnbettentzündung gar nicht erkannt wurde. Zahnärzte sehen sich in diesem Bereich gar nicht als zuständig. Weil die sagen ja irgendwo Diabetes. Also da gibt es, aber das ist jetzt nicht unbedingt mein Thema. Parodontitis ist schon mein Thema. Aber über die Verbindungen zu den einzelnen Erkrankungen wissen die meisten relativ wenig. Also es gibt eine Menge Dinge, die hier verbunden sind. Rheumatoide Arthritis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöhtes Risiko für Schlaganfall, für Herzinfarkt, für chronisch obstruktives Lungensyndrom, COPD, Frühgeburtlichkeit, Osteoporose, Krebs, Alzheimer. Wollen Sie noch mehr?